Willkommen Freunde zu neuen Outtakes & Randoms. Wir starten heute in Costa Rica. Mal gucken, ob wir surfen können. Wir finden uns jetzt mal raus. Schauen wir mal, was es hier gibt. Ich werde jetzt surfen locker. Ich kann übrigens nicht surfen, aber wir kriegen jetzt schon hin. Ich glaube, wir fahren lieber wieder Fahrrad. Bis zum nächsten Mal. Nö weinen. Nö weinen. Tja, tja Leute. rein da Männer, rein da Freunde der Vlog heute von Outtakes&Randoms startet hier im Bikepark Samerberg. Wunderschöne Kulisse, wunderschöne Menschen und viel Spaß beim Fahrradfahren mit Alexander Korinke. Guten Morgen Freunde vom Samerberg Season Closing. Es regnet die ganze Zeit und wir machen jetzt ein paar Lipps. So, auf geht's in die Samerberg Gaudi. Wir sind nur wegen der Closing Party hier, aber 1-2 Runden grüßen wir schon mal. So Mission, Ultra Gap, 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 Gap. Doppelkurven Gappen, Gappen, Gappen. Ne! Oh ne Digga! Müssen wir nochmal machen. Yeah! Oh das war aber auf letzte Rille. Alter ist ready, watch the gate. Naja, aber das war jetzt echt chillig. Ich hab noch nie gefahren. Sollen wir da oben das Triple probieren? Also Mission, bodenlos hier rein abziehen. Ah jo, das geht schon. Dabbeldi Dab. Ah! Junge, es ist stumpf. So stumpf Junge! Ah! 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 Bin ich jetzt falsch gefahren? Ne, oder? Ah! 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 Oh! Ah! hallo Hallo, ich bin der Franzen, ich bin jetzt in Lois, sein Blog Yeah Hey, das coolste ist eigentlich das So sneakt er sich in meine YouTube-Videos, weißt du? Schaut doch mal in Fresco 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 Oh Junge, es ist kaputt! Immer dastehen! Oh, mashallah Oh, wow Oh 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 Was ist das? Bis zum nächsten Mal.